Pyramidengeheimnisse fast entschlüsselt, Monderoberung hinter uns, vielleicht bald auch Mars. Aber was ist mit dem Roulette-Spiel? Warum die Geheimnis bis zum heutigen Tag nicht entschlüsselt? Ich habe daran gearbeitet, vergangene knapp zehn Jahre. In diesem Zeitraum habe ich mich 50 bis 60 Millionen Roulette-Zahlen beschäftigt, unzählige Stämme entwickelt. Ich habe Roulette-Spiel entschlüsselt. Man nennt mich The James. Ich habe mich vergangene zehn Jahre Tag und Nacht mit Roulette-Spielen beschäftigt. Circa 10.000 Stunden. Während dieser Zeit habe ich 50 bis 60 Millionen Permanenten recherchiert. Alle möglichen Wege bearbeitet. Nicht nur schwarz und rot, gerade oder ungerade, nicht nur Dutzende oder Kolonne, sondern von 0 bis 36. Ich habe mich dauerhaft mit den 37 Zahlen beschäftigt. Und ich kann jetzt Permanenten so gut verfolgen, dann am Ende, früh oder spät, von mir gespielten Zahlen bringen das Gewinn. 3 und 23. 23. 23. 23. 23, herzlichen Glückwunsch. Ja! 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 24. 25. 25. ein Partner mit seiner Kapital bei dem Geschäft einsteigen möchte und ich kann bei einem Treff in einem Casino probeweise ohne Bares und auf einem Papier zeigen kann, wie ich immer wieder gewinne. In diesem Sinne, wer Interesse hat, mit mir Kontakt haben will, kann sich bei dem Regisseur Ömer Pekureik anmelden. Liebe Grüße!